Back in ETV Servus und Grüß euch bei Balcony TV, wo ich sie heute hier bei mir auf dem Balkon ist Effi. Servus! Servus! Wo spielst du uns heute? Wir spielen heute Break-Up vom aktuellen Album Closer. Wo noch war dann? Take it away! Mach mal! So hot, and aint achin' and pained Coz yesterday I hauled off a girl from Spain I want a dirty talk, want a dirty sound I want a you my life right the underground And the farm on top And you ask me to stop And I say let's give it a shot Tell me buddy Help me to figure out Why the only fools fall in love Tell me buddy Help me to figure out Why the only fools fall in love I ain't got roses, I won't get on my knees All you can have from me is my sympathy What do you want? I'm just a gigolo and everywhere I go I highly find a Bella Mia I don't know if I'm on top And you ask me to stop And I say let's give it a shot Tell me buddy Help me to figure out Why the only fools fall in love Tell me buddy Help me to figure out Why the only fools fall in love Why the only fools fall in love Why the only fools fall in love Love, 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 love Love, 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 love Love, 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 love What do you want? Well in the streets and in the gang they know me well What do you want? Cause I'm the man who runs from everywhere But what do you want? I'm just a cheat-o goin' everywhere I go I highly find no family, yeah I don't know when they're fine One time and you ask me to stop and I say let's give it a shot Tell me body, help me to figure out why the only fool's fall in love Tell me body, help me to figure out why the only fool's fall in love 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 Dankeschön, Thomas, ihr seid auf Tour gerade auf dem Weg, wo darf man euch diesen Sommer noch überall erwarten? Also ich bin jetzt in, das wird jetzt ein bisschen zu spät sein, aber ca. 3 Stunden in Kufstein, für einen schönen Indie-Sunset Summer Festival und dann wird es auch noch Geeks in Wien geben, beim Popfest unter anderem, am Karlsplatz und ich glaube auch in Salzburg und in Querde, wo es da geht, man soll einfach auf die Homepage schauen am besten und da kann gehen. Wunderbar, Dankeschön, aktuelles Album Closer, was hört man darauf, wie ist die Musik hier, hier seid ihr ja akustisch heute und auf dem Album? Auf dem Album spielen wir eigentlich mit einer kompletten Besetzung, das heißt, es sind Bläser dabei, es ist Schlagzeug dabei und Bass, ja, man kann sich Gesangsproben und Hörproben sicher im Internet holen, also dann kann man sich was besseres vorstellen, weil das zu erklären ist immer ganz schwierig. Verstehe. Dann sage ich Dankeschön an euch vier fürs Vorbeikommen und Dankeschön fürs Eingekrecken und bis zum nächsten Mal bei Balcony.tv, wo ich euch sehe. Tschau.